hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute soll es um die original tesla app gehen ich habe ja jetzt schon zwei alternative apps vorgestellt von anderen anbietern und heute geht es mal wie gesagt um die app von tesla selbst da jeder tesla eine eigenständige internetverbindung besitzt kann man mit der tesla app von jedem ort der welt aus auf das fahrzeug zugreifen direkt unter dem animierten auto haben wir vier icons diese kann man sich anlegen wie man die haben möchte viele wissen gar nicht dass es die funktion gibt dafür musst du einfach ein x beliebiges der vier symbole lang gedrückt halten dadurch öffnet sich hier unten ein menü mit allen symbolen die zur verfügung stehen und jetzt kannst du jeweils das gewünschte symbol nach oben ziehen und dann musst du nur noch auf speichern drücken ich werde jetzt hier nicht auf alle funktionen eingehen aber wenn du beispielsweise auf den blitz drückt dann öffnet sich zum einen der lade port und zum anderen kannst du das lade limit einstellen und die spannung mit der beim nächsten mal aufladen geladen werden soll du kannst hier zwischen 5 ampere und 16 ampere maximal wählen wenn dein akku lange halten soll dann wird empfohlen nicht regelmäßig auf 100 prozent zu laden ich lad meistens so in einem bereich von 70 bis maximal 90 prozent außer ich habe mal eine längere strecke zu fahren dann lade ich auch schon mal auf 100 prozent der nächste punkt ist die live kamera hier kannst du theoretisch von jedem punkt der welt aus auf die kameras deines fahrzeugs zugreifen und kannst praktisch streamen was um das fahrzeug herum passiert und neuerdings auch auf die innenraumkamera zugreifen voraussetzung dafür ist natürlich eine stabile internetverbindung dann kommen wir zum menüpunkt fahrzeug wenn du hier drauf drückt dann öffnet sich dieses fenster hier hast du die möglichkeit die heckklappe zu öffnen oder die vordere du kannst das fahrzeug entriegeln oder verriegeln der ladeanschluss lässt sich hier öffnen man kann hupen man kann die fenster einspalt öffnen und man kann die fenster auch wieder schließen wenn du hier oben rechts drauf drückt dann wird dir der aktuelle reifendruck deiner räder angezeigt und das fahrzeug lässt sich hier auch aus der ferne starten wenn das auto zum beispiel weg bewegt werden muss und man nicht vor ort sein kann dann kann man das für eine dritte person starten und der kann das fahrzeug dann bewegen dann kommen wir zum menüpunkt steuerung der klimaanlage hier kann man die temperatur für den innenraum einstellen man kann die temperatur für den innenraum hier auch einziehen und man sieht auch die außentemperatur außerhalb des fahrzeugs davon abgesehen lässt sich hier auch die sitzheizung für die vorderen plätze als auch für die hinteren plätze einstellen und man kann das fenster einen spalt öffnen nächster menüpunkt ist der menüpunkt standort diese funktion ist vor allen dingen dann praktisch wenn du zum beispiel dein auto in einer stadt abgestellt hast wo du dich nicht ganz so gut auskennst so kannst du es leicht wiederfinden davon abgesehen kannst du dir hier nahegelegen ladestationen anzeigen lassen bzw tesla supercharger kommen wir zum menüpunkt zeitplan hier kannst du das auto vor klimatisieren wenn du beispielsweise immer zur selben zeit zur arbeit fährst dann kannst du diese zeit hier einstellen und wenn du dann ins auto einsteigt um zur arbeit zu fahren dann hast du schon die gewünschte temperatur die du haben wolltest hier gibt es noch die einstellungen neben tarif laden das hat einfach den grund manche leute haben nachts etwa einen günstigeren strom tarif und wenn du das so einstellst und dann wird ein tesla dann zu den entsprechenden zeiten geladen dann gibt es hier noch den menüpunkt aufladen und geplanten ladevorgang aktivieren hier kannst du einfach deine gewünschte startzeit einstellen dann kommen wir zu sicherheit und fahrer wie man sieht ist hier mein iphone mit meinem fahrzeug verbunden das bedeutet ich benutze mein telefon als schlüssel beziehungsweise keycard ersatz und muss die dann dementsprechend nicht mit mir rumschleppen der nächste modus ist der wächter modus wenn dieser aktiviert ist zeichnen die kameras rings um das fahrzeug permanent auf speichern allerdings erst dann ab wenn ein ereignis geschieht wenn es ein solches ereignis in deiner abwesenheit gab und du steigst in das fahrzeug ein dann wird dir das entsprechend auf dem display angezeigt das ganze funktioniert allerdings nur dann wenn eine speicherkarte beziehungsweise ein speicherstick im fahrzeug angeschlossen ist dann lässt sich hier noch der wallet modus aktivieren diesen kannst du benutzen wenn du das fahrzeug einer anderen person ausleihst der kann dann nicht alle funktionen im vollen umfang nutzen und kann bestimmte dinge auch nicht ändern oder speichern dafür ist es eine recht praktische funktion dann gibt es hier noch die tempo begrenzung hier kann man die geschwindigkeit des fahrzeugs limitieren ich kann mir vorstellen dass diese funktion vor allem für eltern interessant sein könnte dann lässt sich hier noch ein fahrer hinzufügen wenn man zum beispiel wie in meinem fall seine ehefrau mit dem auto fahren lassen möchte dann kann die auch ihr smartphone als schlüssel benutzen upgrades wäre dann der nächste menüpunkt hier kannst du deine software verwalten hier kannst du also upgraden und etwa den enhanced autopilot dazu kaufen oder das vollständige autonome fahren ich bin mit meinen 47 jahren da wohl eher altmodisch gestrickt und fahr lieber selbst davon abgesehen ist mir der preis auch ehrlich gesagt zu hoch unter zubehör kommt man in den tesla shop auch hier lässt sich recht gut geld ausgeben im menüpunkt service kannst du einen service beantragen wenn irgendwas am auto zu reparieren ist zum beispiel ich hatte den fall anfangs einmal und habe das über die app gebucht bei mir hat das reibungslos funktioniert ganz unten gibt es noch informationen zum fahrzeug selbst wie den kilometer stand die aktuelle software und auch versions hinweise also praktisch was beim letzten update dazu gekommen ist ganz oben rechts geht es auch wieder in den tesla shop du kannst außerdem auch ein komplettes fahrzeug konfigurieren und kaufen man kann sich den nächsten super church anzeigen lassen für nicht tesla fahrer man kommt hier außerdem in die einstellungen man kann auf sein konto zugreifen hier gelangt man außerdem auch in den posteingang und es gibt noch den menüpunkt loot box das bedeutet du kannst hier einen weiterempfehlungs link an freunde oder bekannte oder wie auch immer weitergeben wenn diese sich dann mit diesem weiterempfehlungs link einen tesla kaufen dann bekommst du gut haben für den supercharger und kannst umsonst aufladen dieses video ist er für leute gedacht die sich gerade erst einen tesla zugelegt haben oder für solche die gerade einen tesla bestellt haben und aktuell auf die auslieferung warten wobei es sogar ein paar funktionen gab die selbst ich nach drei jahren und fast fünf monaten auch noch nicht gekannt habe ich hoffe das video war für dich interessant und du schaust auch beim nächsten mal wieder rein bis dahin macht's gut ciao absolut genial und witzig an der app ist dass das fahrzeug hier animiert ist das heißt alles was sich bewegt bewegt sich hier auch in der animation in echtzeit